Wer ist der beste Sidekick von allen, Junge? Tja, du bist da. Oh, ich will auch einen Weltbauch-Cowler. Anscheinend wird unsere Hilfe einfach überall benötigt. Sie ist los, Blaine, mit einer Eilmeldung. Der Joker verbreitet Schrecken in der Stadt. Na dann, Team, teilt euch auf und macht euch an die Arbeit. Dieser Clown hat vielleicht Nerven. Ich brauche schweres Geschütz. Wir räumen hier auf schnell wie der Blick. Wo wir schon dabei sind? Wo steckt Flash? Ich habe den Hilferuf verpasst. Batman wird wütend sein. Ich sollte schnellstens zurück zur Liga. Was ist denn los? Meine Kraft ist weg. Vielleicht repariert Cyborg ja meine... Hey, Freunde, wieso kommt hier so böse? Weil du mein Cape gestärkt hast. Und weil du mein Shampoo mit Feuerlöscherschaum vertauscht hast. Und weil du meine Hand mit nem Schneebesen vertauscht hast. Super für Umletz, aber sonst? Nein, 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 nein. Ich habe nichts davon gemacht. Ihr versteht das nicht. Du bist gefeuert. Was soll ich denn jetzt tun? In Vergessenheit geraten, hoffe ich. Du, du warst das. Ich, Rebirth, Flash. In der Zeit zurückgereist, um dich zu ruinieren. Wie es aussieht, wurde deine Verbindung zur Speed Force unterbrochen. Denkt sonst doch jemand, dass er das erfunden hat? Seht es ein, ihr Supernullen. Ihr seid Schnee von gestern. Ich glaube, ich platz gleich. Das ist jetzt echt peinlich. Tja, das klappt doch auf jeden Fall. Jetzt los. Die Liga ist jetzt wieder da. Oh ja, dann kann's losgehen. Lego DC Super Heroes The Flash. Warum fliegt er denn nicht, Dad? Weil kein Wind steht. Junge! Das ist abgefahren! Jetzt als DVD und digital.